Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von fit4k.i. In diesem Teil geht es rund um das Thema ChatGPT. Ich verrate euch, was dieser Bot kann, aber auch, wo er an seine Grenzen stößt. Also, ich will gar nicht lange erzählen, starten wir am besten gleich ins Video. ChatGPT ist ein äußerst nützliches und hilfreiches Tool, sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag. Es kann euch bei dutzenden Anwendungsfällen wirklich unterstützen. Hier wären zum Beispiel ChatBots, Übersetzungen, Analysen, Wissen, Content, Texten, kreatives Schreiben, Artikel verfassen, Konversation, Wissenschaft, Geschichte, Zusammenfassungen, Gedichte, Erklärungen, Diagramme und vieles, vieles mehr. Im Folgenden möchte ich euch eine kleine Einführung in das Programm geben und euch Dinge zeigen, die ihr mit diesem Programm machen könnt. Selbstverständlich ist das lange nicht alles, aber dann würde dieses Video wahrscheinlich mehrere Stunden gehen. Nachdem ihr euch bei ChatGPT registriert habt, befindet ihr euch hier auf der Startseite. Wenn deine Startseite anders aussehen sollte als meine, liegt es gegebenenfalls daran, dass du dir den Add-on AIPRM noch nicht downgeloadet hast und dazu blende ich dir gerne ein Video ein, was ich darüber gemacht habe. Schau es dir gerne an, wenn deine Startseite dieses Tool noch nicht haben sollte. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich für dein späteres Arbeiten mit ChatGPT und es ist kostenlos. Aber fangen wir jetzt erstmal an und erkunden mal die Benutzeroberfläche. Als allererstes siehst du hier oben die beiden Versionen von ChatGPT. Das ist einmal die 3.5 und ChatGPT Version 4. Und das Schloss heißt, dass dies eine Bezahlversion ist. Wenn du ChatGPT 4 nutzen möchtest, dann belaufen sich die Kosten hier bei derzeit 20 Euro monatlich. Ich möchte jetzt gar nicht näher auf die beiden Varianten eingehen und auch nicht darüber, worin sie sich unterscheiden, sondern wir möchten mit der kostenfreien Variante 3.5 fortfahren. Hier auf der linken Seite, wo derzeit noch nichts steht, werden deine Konversationen mit ChatGPT gespeichert und du kannst jederzeit später auch noch darauf zurückgreifen. Hier unten siehst du, mit welchem Account du angemeldet bist und wenn du auf die drei Punkte gehst, kannst du auch nochmal hier in die Settings klicken. Du könntest hier die Einstellung des Systems ändern und du könntest auch alle Chats, die du bis dahin erstellt hast, auf einmal löschen. Hier wäre besonders die Chat History und Training zu erwähnen. Hiermit genehmigst du ChatGPT. Solltest du dies hier angestellt haben, dass sie deine Chatverläufe für das weitere Training von ChatGPT hernehmen dürfen. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du das hier auf Ausschalten. Hier unter den Settings könntest du beispielsweise auch deinen kompletten Account wieder löschen. Hier unten siehst du das AI PRM Plugin, das ich derzeit nutze. Ich möchte hier gar nicht auf das Plugin näher eingehen, denn das habe ich ja schon in einem extra Video getan und das verlinke ich dir selbstverständlich auch in der Beschreibung. Dieses Fenster hier ist nun dein Fenster, in dem du Befehle eingeben kannst. Wenn du dieses Plugin nicht downgeloadet hast, dann sieht das trotzdem ähnlich aus, außer dass du diese Einstelloptionen hier bei dir dann nicht sehen würdest. Die Funktionsweise ist aber im Prinzip genau die gleiche. Sobald du hier eine Aufforderung eingegeben hast und hier auf Send Message oder auf Enter klickst, wird dir ChatGPT darauf antworten. Ich könnte hier also beispielsweise eine Frage stellen und das tue ich jetzt mal und frage, wer gewann 2023 die Fußball-Weltmeisterschaft der Damen? Ich gehe auf Absenden. So und schon haben wir auch eine Antwort von ChatGPT erhalten und zwar sagt er, es tut mir leid, aber mein Wissen reicht nur bis September 2021, denn das ist das Datum, bis zu dem ChatGPT mit Daten gefüttert wurde. Alles, was nach diesem September 2021 liegt, liegt ChatGPT an Wissen nicht vor. Es ist aber davon auszugehen, dass das System sehr bald geupdatet wird und uns neuere Daten zur Ermittlung zur Verfügung stehen werden. Das solltest du zu diesem Zeitpunkt für deine Arbeit mit ChatGPT im Kopf behalten. Wie du siehst, hat das Programm deinen ersten Chat auch hier erstellt und ihm automatisch einen Namen zugewiesen, den er aus der Überschrift hernimmt. Du kannst diesen Namen jederzeit bearbeiten, indem du hier hinten auf diesen Stift klickst und ihn dann einfach überschreiben kannst und jetzt sagen kannst Testfrage 1. So hast du deine Chats später besser sortiert und wenn du zu einem späteren Zeitpunkt mal auf einen zurückgreifen willst, dann findest du diesen schneller und kannst also jederzeit auch in einem schon bestehenden Chat mit der weiteren Bearbeitung fortfahren. Im Prinzip ist das auch schon das komplette Interface von ChatGPT und mehr gibt es hier auch gar nicht zu beachten. Das heißt, das Arbeiten mit diesem Programm ist sehr einfach und du kannst eigentlich nur anhand deiner Prompt-Eingabe bestimmen, was für ein Ergebnis du bekommst. Das heißt, grob gesagt sagt man Müll rein, Müll raus und das heißt, wenn du keine gute Frage eingibst, bekommst du auch keine gute Antwort. Und je präziser du deinen Befehl formulierst, desto besser wird auch die Antwort darauf sein. Aber schauen wir uns grundsätzlich nochmal an, was ChatGPT gut kann und was es weniger gut kann. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ChatGPT ein hervorragendes Tool ist, um einfach allgemeine Fragen zu stellen in den Bereichen Wissenschaft, Biologie, Politik, Geschichte und so weiter. Er eignet sich sehr gut zur Textgenerierung. Das heißt, er kann dir Artikel schreiben oder kann sogar Gedichte verfassen und vieles weitere. Du kannst auch eine ganz normale Konversation mit ChatGPT führen und dich einfach mit ihm unterhalten wie mit einer realen Person. Des Weiteren könntest du dir Texte aus einer anderen Sprache übersetzen lassen. Du kannst dir lange Texte kurz zusammenfassen lassen oder es dir vielleicht in einfacheren Worten nochmal umschreiben lassen. Allerdings solltest du dich nie hundertprozentig darauf verlassen, was für eine Antwort du von ChatGPT bekommst. Denn die Antworten sind nicht immer hundertprozentig korrekt. In den allermeisten Fällen, gerade wenn es sich jetzt um geschichtliche Themen oder Jahreszahlen, die du erfragst oder was auch immer handelt, dann ist ChatGPT eine sehr gute Quelle, um dir das auch gewissenhaft zu beantworten. Was allerdings fatal wäre, wäre, wenn du dich in rechtlichen Angelegenheiten von ChatGPT beraten lässt oder auch bei Gesundheitsfragen. Es kann stimmen, es muss aber nicht stimmen und deswegen würde ich bei solchen Sachen niemals auf ChatGPT zurückgreifen. Wenn es jetzt allerdings darum geht, ihn irgendwelche geschichtlichen Dinge zu fragen oder beispielsweise dir die Sehenswürdigkeiten eines Landes vorzustellen oder für einen Blog irgendwas zu schreiben, dann ist ChatGPT wirklich hervorragend geeignet. Wichtig ist allerdings nur, dass alles, was ChatGPT dir ausgibt, du einfach nochmal Korrektur liest und es einem Faktencheck unterziehst. Auch wenn du dich mit ChatGPT unterhalten kannst wie mit einem Menschen und du ihm sogar empathische Fragen stellen kannst, wird er versuchen, dir darauf zu antworten. Allerdings ist das auch mit einer Gefahr behaftet, dass du wissen musst, es handelt sich hierbei nicht um einen Menschen und nicht um jemanden, der dir empathisch entgegensteht, sondern es ist eine mathematische Berechnung, die einfach nur die größte Wahrscheinlichkeit auf deine Antwort generiert. Und somit solltest du, was eben solche Themen betrifft, sehr, sehr vorsichtig sein. Aber starten wir doch jetzt einfach mal mit unserem ersten Beispiel. Und ich gehe jetzt nicht näher hier auf die ganzen Generatoren ein, die es durch das Add-on AIPRM gibt, sondern ich gehe jetzt wirklich rein nur auf ChatGPT, ohne hier irgendetwas als Hilfsmittel zu nutzen. Und hier könntest du beispielsweise den Bot dazu nutzen, dir bei der Recherche zu helfen. Und ich gebe jetzt hier mal ein. So, und zwar sage ich hier, schreibe mir einen Bericht über die französische Revolution und gehe auf Absenden. Und sofort fängt er an zu arbeiten und untergliedert dir sogar einzelne Absätze. Und du siehst auch eben, hat er hier direkt den Titel geändert in französische Revolution. Und das können wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Und jetzt kann ich mir das hier durchlesen und weiß dann schon einiges über die französische Revolution. Ich könnte jetzt auch noch weitere Fragen dazu stellen und sagen, zum Beispiel, welche Rolle spielt Deutschland bei diesem Thema? Das heißt, ich müsste zum einen nicht wieder schreiben, welche Rolle spielt Deutschland bei der französischen Revolution. Denn ChatGPT merkt sich die Konversation, die wir hier vorne hatten, immer in dem gleichen Chat selbstverständlich. Und weiß dann genau, welches Thema ich meine. Und somit wird es uns sehr erleichtert, da einfach Folgefragen zu stellen, ohne immer noch mal alles aufzurollen. Und auch hier gehe ich mal auf Absenden und auch hier erhalte ich sofort eine Antwort. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, dass das sehr, sehr einfach verständlich ist. Und zwar sage ich jetzt, schreibe den Text so, dass es auch ein achtjähriges Kind versteht. Und jetzt fängt er an, das in ganz einfachen Worten mit Metaphern zu umschreiben, sodass es sehr viel leichter verständlich ist. Also ihr seht, hier ist es mehr so in einem Stil fast einer Geschichte geschrieben. Sehr, sehr vereinfacht. So könnte ich beispielsweise auch sagen, gibt mir ein sehr kompliziertes Thema wie die Relativitätstheorie und erkläre mir das mit ganz einfachen Worten. Das ist also eine Sache, die man mit ChatGPT wunderbar machen kann. Eine andere Sache ist, ihr könnt euch auch längere Texte zusammenfassen lassen. Und zwar habe ich jetzt hier mal einen Text eingegeben, den ich im Internet gefunden habe. Und da geht es um das Römische Reich. Und zwar habe ich jetzt hier davor geschrieben, fasse mir den Text mit maximal 200 Worten zusammen, ohne wichtige Fakten unbeachtet zu lassen. Was ihr hier allerdings bedenken müsst, ist, dass ChatGPT nicht falsch und richtig unterscheiden kann, beziehungsweise er macht keine Wertung. Und wenn er euch hier Fakten gibt, wie jetzt eben die Jahreszahlen, dann hat er diese Fakten aus diesen Tausenden oder Milliarden von Daten, die er als Input bekommen hat. Und in der Regel sind diese Daten richtig. Wenn er mir jetzt hier also sagt, der römische Staat beherrschte Gebiete zwischen dem 8. Jahrhundert vor Christi und dem 7. Jahrhundert nach Christi. Und ich würde jetzt diesen Text hier nochmal reinkopieren und hier hinterschreiben, dass es sich um eine falsche Behauptung handelt und dass eigentlich das richtige Datum das 2. bis 5. Jahrhundert vor Christi sind. Dann gibt er mir recht. Und das ist ein großer Nachteil noch im Moment. Also er sagt, entschuldigen Sie bitte die Verwirrung. Tatsächlich handelt es sich vom 2. Jahrhundert bis zum 5. Jahrhundert. Und das ist definitiv nicht richtig. Und er sagt noch vielen Dank für die Korrektur. So und das ist also eine Sache, da müsst ihr wirklich aufpassen, denn er gibt euch im Zweifel immer recht. Er möchte ein gefälliges Programm sein oder wurde so programmiert und er wertet quasi Aussagen nicht richtig. Worin er allerdings sehr gut ist, ist Fakten, die ihm eingegeben wurden, wie ihr hier seht. Diese Daten, die sind durchaus richtig. Die zieht er sich aus seinem Fundus und das kann er gut wiedergeben. Wie könnte ich ihn denn jetzt im geschäftlichen Bereich einsetzen? Ich könnte zum Beispiel sagen, er soll mir bei der Ideenfindung helfen und ich sage mal, ich habe einen Blog und da schreibe ich über Kochrezepte. Und hier könnt ihr zum Beispiel schreiben, gib mir 10 kreative Ideen für meinen Blog zum Thema Kochen. So und schon gibt er dir 10 eigentlich sehr gute Ideen, die du in deinem Blog hernehmen könntest. Und jetzt kannst du aber das Ganze auch noch verfeinern. Also zum einen, wenn dir hier nichts von diesen Themen zusagt, kannst du auf Regenerate gehen und er gibt dir 10 neue Themen. Du kannst auch nach 20, 30 oder unbegrenzten Themen fragen und du kannst aber jetzt hier auch, wie gesagt, das Ganze verfeinern, indem du sagst, es soll dabei nur um Kartoffelgerichte gehen. Jetzt gehst du wieder auf Absenden und du siehst, er hat sich das gemerkt, um was es eigentlich ging, um die kreativen Ideen für den Kochblog. Das musst du also nicht immer wieder schreiben und er gibt dir jetzt hier 10 Ideen für deinen Blog, über was du berichten könntest. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Nummer 4 angucken, dann sagt er, du könntest einen Blog über Kartoffelbeilagen schreiben und gibt dir hier auch schon einen kleinen Ansatz, den du weiterverfolgen könntest. Du könntest jetzt aber auch beispielsweise sagen, wenn dir hier die 4 am besten gefällt und du weitere Sachen dazu haben möchtest, erzähl mir mehr über Nummer 4. Und du siehst, das hat er auch verstanden und gibt dir hier einfach nochmal mehrere Kartoffelbeilagen, Gerichte oder was auch immer. Also so kannst du das immer weiter fortführen. Im folgenden Video werde ich euch auch einen Megaprompt verraten, mit dem ihr immer spitzer zugehen könnt und garantiert euer Thema nachher einzigartig präsentieren könnt. Und wenn ihr wissen wollt, was es sich da behandelt, abonniert am besten gleich meinen Kanal, um diesen Megaprompt nicht zu verpassen. So, jetzt könnte ich hier auch noch sagen, mir unterschiedliche Formate für einen Blogartikel und nenne mir für diese jeweils 5 Themen Ideen. Also damit es in meinem Blogartikel nicht immer nur um Kochrezepte gibt, sagt er, du könntest einen Ratgeber schreiben, gesunde Ernährung im Homeoffice zum Beispiel. Dann könntest du beispielsweise Interviewartikel schreiben, du könntest Erfahrungsberichte teilen, Listicles und auch Anleitungsartikel, also How to do, ein Do-It-Yourself-Kräutergarten und so weiter. Also du siehst, du kommst hier auf wahnsinnig coole Ideen, wo man sich selbst manchmal so ein bisschen im Wege steht, weil man in so einem Tunnel gefangen ist und immer nur irgendwie an Rezepte denkt und sagt, ich muss da ständig irgendwas in dieser Art machen. Und hier kommen eben noch ganz viele mehr Ideen, die dir für deinen Blog, für deinen Instagram oder deine Webseite, was auch immer du machen möchtest oder dein Webinar absolut hilfreich sein können. Wenn wir jetzt bei dem Thema Social Media Content sind, dann brauchen wir hierfür, wie ich gerade sagte, schon Content. Und am besten, um den Content zu organisieren und zu strukturieren, ist es, wenn ihr euch einen Redaktionsplan schreibt. Ob diesen habe ich mir früher oder zum Teil auch jetzt noch in Notion geschrieben, das verlinke ich euch unten auch mal. Das ist ein kostenloses Tool, was ihr nutzen könnt, was sich sehr gut dafür eignet. Oder ich lasse mir einfach von ChatGPT einen Redaktionsplan schreiben. So, und zwar habe ich geschrieben, erstelle mir einen tabellarischen Redaktionsplan für Instagram. Also ihr könnt hier auch YouTube, Facebook, sonst was hernehmen. Der Plan soll vier Wochen abdecken und drei Posts pro Woche enthalten. Nutze unterschiedliche Formate und finde spannende Themen, die einen Call to Action beinhalten. Gib mir für jeden Post auch gleich den Content und drei passende Hashtags. Und jetzt habe ich geschrieben, was in die Spalten soll. Also der Titel, das Format, die Beschreibung des Posts, der Content und die Hashtags. Und die Zielgruppe sind eben Menschen, die sich fürs Kochen interessieren, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich einen Kochblog habe. So, und ihr seht hier, die erste Woche geht es um Grillabenteuer, Grilltipps. Das soll ein Beitrag sein. Und hier ist die Beschreibung des Posts bei dem Content. Bei der Beschreibung des Posts hat er mir jetzt, ich habe es mir gerade andersrum gedacht, aber er hat mir hier quasi einen Content geschrieben und hier sagt er, was ich für ein Bild hernehmen könnte, was auch eine tolle Idee ist. Also er schlägt mir hier gleich vor, nimm doch ein Bild von einem saftigen Grillsteak mit Gemüse auf einem Grill und hat mir hier auch die Hashtags bereitgestellt. Am nächsten Tag ein Karussell-Post, dann eine Story und mit einer Quizfrage. Also hier kommt ihr auf unwahrscheinlich viele Ideen. Ich würde es jetzt nicht eins zu eins so hernehmen, aber ihr könnt euch hier echt Ideen holen. Bei der Woche zwei hat er gesagt, geht es um Sushi, italienischen Abend- und Foodie-Tipps. Dann geht es um gesunde Ernährung, dann Backen und Desserts. Also hier hat er mir gleich für vier Wochen tolle Ideen rausgehauen, wo ich sage, das eine oder andere wäre bestimmt was, was ich, wenn ich einen Kochblock hätte, dann dafür hernehmen würde. Und zumindest habe ich einige Ideen und schaue mal über den Tellerrand und kann mir auch hier jederzeit neue erstellen lassen. Ihr könnt euch auch Sachen einfallen lassen, die ihr mit der Community macht, zum Beispiel ein Quiz. Und hier habe ich gesagt, ich stelle mir zehn Quizfragen für meine Community meines Kochblocks und schreibe mir einen passenden, sympathischen Post mit Emoticons und Hashtags. Erwähne den Gewinn, eine Küchenreibe von Kitchen Master. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Es soll keine Werbung sein. Ich habe es erfunden. Sollte es Kitchen Master Küchenreiben geben, dann ist das hier keine Werbung. Und guckt mal hier. Also super klasse. Er hat gleich hier zehn Fragen gestellt. Was ist das Geheimnis eines perfekten Soufflés? Viel Zucker, genaues Timing, überbacken. Ich habe keine Ahnung, weil ich koche nicht. Jetzt habe ich mich hiermit auch gerade geoutet. Und auf jeden Fall tolle, tolle Geschichten. Ich könnte hier beispielsweise auch sagen, er soll mir einen Werbetext für meine handgemachte Seife erstellen und passende Adjektive benutzen. Und auch hier, voila, er sagt, Entdecken Sie die zauberhafte Welt der handgemachten Seifen. Unsere sorgfältig gefertigten Seifenstücke sind mehr als nur ein Reinigungsmittel. Also ihr seht, hier müsst ihr vielleicht nochmal ein bisschen drüber korrigieren. Sie sind luxuriöse Kunstwerke für ihre Haut. Das ist doch mal poetisch. Unsere Seifen sind sanft, näherend, aromatisch, nachhaltig, einzigartig. Also im Prinzip gar nicht schlecht. Reinigungsmittel würde ich jetzt vielleicht als Werbetext da hier nicht hernehmen. Aber ihr seid da absolut eurem Ziel ein Stück näher, ohne stundenlang auf ein leeres Blatt zu gucken und sich zu überlegen, was schreibe ich denn. Und wenn man mal so eine Anregung hat, dann sagt man, ah ja, ich nehme das her, aber ich sage nicht Reinigungsmittel, sondern irgendwas anderes und schon habe ich einen tollen Text. Also ihr seht, ChatGPT ist sehr viel mehr als ein Programm, das dir beim Hausaufgaben-Cheaten hilft. Es kann wirklich wahnsinnig viel und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Auszug dessen, was ChatGPT noch alles kann. Ich kann diesen Chatbot so trainieren, dass er nutzerspezifisch auf meine Kunden eingeht, dass ich ihn einbinde in meine Webseite und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen zu diesem Programm habt, lasst es mich gerne wissen, auch wenn ihr noch weitere Dinge hinsichtlich ChatGPT erfahren wollt und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei, wenn es um meinen Chat geht mit dem Mega-Prompt. Ich hoffe, dieses Video hat etwas mehr Licht ins Dunkle gebracht, wenn es um das Thema ChatGPT geht. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch sämtliche andere Themen, die mit KI und Design zu tun haben. Schreibt mir gerne eure Ideen oder eure Vorschläge für Videos, die ihr gerne von mir sehen möchtet. Bis dahin, abonniert am besten gleich meinen Kanal, damit ihr keine Tipps und Tricks verpasst und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich, bleibt kreativ, eure Alexa. Bis gleichzen, euer Spaß. Bis dahin、 danke. Bis dahin, danke. Ich muss mich lächern.